Also mein Name ist Christian Kran, ich bin von der Firma WEG 2, verantworte ich für den Bereich Cloud Services, bin Mitglied des Print Cloud Teams und mein Vortrag handelte eben um die Vorstellung der Print Cloud beziehungsweise Print in der Wolke und allem das, was wir jetzt künftig in der Cloud so alles tun. Für alle unsere Partner und Kunden, die sich für das Thema Cloud beziehungsweise unsere neuen Services, die sich rund um die Cloud und Print Cloud kümmert, ist dieser Vortrag extrem wichtig. Schon vorgegriffen wurde darauf im Vorfeld von Dietmar Feld in der Roadmap, in der Print Roadmap, wo wir halt vorstellen, was wir in den nächsten Jahren auch mit der Print Cloud vorhaben und gerade für technisch Verliebte war das sehr interessant, meiner Meinung nach, auch zu sehen, wie weit sind wir denn schon mit der Print Cloud, was ist schon möglich und was wird auch in Zukunft dann noch Neues dazukommen. Ich finde, das ist eine Veranstaltung für Kunden und für Partner und das ist nicht so, wenn man es so steif, wie man es vielleicht von anderen Veranstaltungen kennt, sondern viele auch in der Branche kennen sich halt und das ist immer wieder ein schönes Ereignis, die Leute zu treffen, nicht nur telefonisch oder per Teams miteinander zu kommunizieren, sondern sich auch so auszutauschen, darüber zu diskutieren und philosophieren, was denn tatsächlich so Neues auf dem Print-Markt sich so bewegt. Viele sagen ja immer, Print ist tot, wofür brauche ich noch Kataloge und es ist natürlich Jahr für Jahr auch unsere Aufgabe, den Leuten zu zeigen, nein, Print ist noch lange nicht tot. Print hat noch eine großartige Zukunft vor sich, vielleicht in einer etwas anderen Form als in der Vergangenheit, aber nichtsdestotrotz hat es eine Zukunft und wir sind bereit dafür.